Die ZHW in Wädenswil liegt an traumhafter Lage am linken Zürichseeufer. Hier können Sie in einem von fünf Studiengängen Ihren Bachelor machen. Wenn Sie sich für Biotechnologie, Chemie, Lebensmittel, Umwelt oder Facility Management interessieren, dann sind Sie in Wädenswil genau richtig. Ich interessiere mich für Chemie, Umweltingenieur, Biotechnologie und Umweltingenieur, Biotechnologie. Das Studium ist äusserst praxisorientiert. Unsere Studierenden arbeiten im Labor, unsere Studierenden sind draussen, nebst dem, dass sie natürlich auch Vorlesungen haben und theoretische Inputs bekommen. Sie arbeiten in Gruppen, sie arbeiten an eigenen Projekten, das ist Praxisorientierung. Hier in Wädenswil gibt es moderne Labor- und Technologieräume, aber auch Grün- und Gartenanlagen, die eine anregende Lehr- und Lernatmosphäre schaffen. Ich denke, es ist eine gute Möglichkeit, wenn man gerade managen möchte, aber nicht nur betriebsökonomisch veranlagt ist, sondern auch technisch interessiert ist, denke ich, dass das eine super Möglichkeit ist, auch für eine Frau. Ich suche etwas anderes als die ETH, auch weil es dort recht theoretisch ist, habe ich gehört, von vielen Leuten. Und ich dachte, es wäre gut, an eine Fachhochschule zu gehen. Was ist das? Du hast ja einfach einen Sinn machen und einlesen. Aber keine Angst. Du wirst immer auch etwas sagen. Okay. Solche, die erst gleich abgeschlossen sind und mit Dozenten, sie waren auch offen und haben herumgezeigt. Und das ist wirklich mega gut. Als Bachelor sind sie berufsbefähigt. Das heisst, sie können direkt ins Berufsleben einsteigen. Perfekte Aussichten also mit einem Studium an der ZHW in Wädenswil. Wir freuen uns auf Sie!